Heute war ich bei einem Pizzabäcker eingeladen, um Wolkenpizza zu machen. Ich habe mir also was ganz Besonderes überlegt und Hank dann eine Pizza gebracht. Hank, schau, ich habe eine vegane Pizza für dich gemacht. Oh, wow! Danke, das schaut ja super aus. Ganz vegan. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Wow!